Hallo, ich bin der Trödel Kai, bekannt aus Dein Krempel oder ich von RTL 2 oder ja aus meinem Laden, die Trödelhalle in Oldenburg in Holstein. Ich wollte euch erzählen, kommt mal nächsten Samstag nach Bergedorf, da wird das Dorfmuseum aufgelöst. Es gibt sehr interessante Sachen bei von diversen Sachen. Lasst euch einfach überraschen, kommt vorbei, guckt euch an, erbeutet was, Filmrequisiten aus diversen Sachen. Also es lohnt sich. Und was ich noch sagen wollte, am 7.04. RTL 2 schauen, 15 Uhr, Dein Krempel oder ich, Folge 9 mit Sven Florian.